Für das folgende Spiel hat sich leider mein Fraps etwas quergestellt und ich musste etwas improvisieren in der Aufnahme, daher entschuldigt bitte den Fensterbalken obendran, bevor es also peinlich wird, ihr seid vorgewarnt, Entschuldigung, kommt nie wieder vor. Hallo und herzlich willkommen, Leute, ich bin's wieder, euer Neuländer und heute haben wir etwas ganz Besonderes, nämlich sind wir ein Adventstürchen. Ein Adventstürchen, naja, was heißt das jetzt genau? Ich bin Teil eines Adventskalenderprojektes des Let's Play Forums und ich habe den Tag 10 bekommen. Ziel der Sache ist, dass wir nämlich die Geschichte Die Schneekönigin von Hans Christian Andersen nach und nach vorlesen. An dem ganzen Projekt sind 24 Let's Player beteiligt und jeden Tag gibt es im Grunde einen weiteren Teil dieser Geschichte. Und so geht das weiter. In der Videobeschreibung findet ihr den Link zu dem Türchen am nächsten Tag, also morgen dann, das heißt für den Sonntag, für den Elften. Und, ja, genau, ich würde einfach mal sagen, wir fangen jetzt an und lehnt euch zurück, nehmt euch eine Tasse Kinderpunsch oder so in die Hand, vielleicht noch einen Keks dazu und genießt meinen Ausschnitt. Viel Spaß! Und die Krähe nickte ganz bedächtig und sagte, es könnte sein, es könnte sein. Wie, glaubst du? rief das kleine Mädchen und küsste die Krähe so ungestüm, dass sie dieselbe fast tot gedrückt hätte. Vernünftig, vernünftig, entgegnete die Krähe. Ich denke, es wird der kleine Kai sein, aber jetzt hat er dich wohl schon vergessen. Doch es macht mir Mühe, deine Sprache zu reden. Allein, wenn du die Krähen-Sprache verstehst, dann kann ich besser erzählen. Nein, die habe ich nicht gelernt, sagte Gerda. Doch die Großmutter konnte sie recht geläufig. Hätte ich sie nur gelernt. Tut nichts, tut nichts, sagte die Krähe. Ich werde erzählen, so gut ich kann. Und dann erzählte sie, was sie wusste. In dem Königreiche, in welchem wir hier sitzen, wohnt eine ungeheuer kluge Prinzessin. Eines Tages fiel es dieser ein, sich zu vermählen. Sie wollte jedoch einen Mann haben, der zu Antworten verstand, wenn man ihn anredete, einen, der nicht nur da stand und vorne ihm aussah, denn, naja, das ist höchst langweilig. Nun ließ sie alle Hofdamen zusammentrommeln, und als diese ihre Willensmeinung vernahmen, wurden sie sehr froh. So habe ich es mir gern, rief eine Jede. Daran habe ich neulich auch schon gedacht. Die Zeitung erschien sofort mit einem Rande von Herzen und den Namenszügen der Prinzessin. Manniglich konnte darin schwarz auf weiß lesen, dass es einem jeden jungen Manne von hübschem äußeren Freistände auf das Schloss zu kommen und mit der Prinzessin zu sprechen, und den, welcher so zu reden verstände, dass er sich trotz des ihn umgebenden Glanzes unbefangen äußerte und zugleich am besten spräche, den wollte die Prinzessin zum Manne nehmen. Ja, ja, sagte die Krähe, du kannst es mir glauben, es ist so wahr, wie ich hier sitze. Die Leute strömten herzu, da war ein Gedränge und Gelaufe, aber dennoch glückte es niemand, weder den ersten noch den zweiten Tag. Wenn sie draußen auf der Straße waren, konnten alle vortrefflich plaudern. Sobald sie aber zum Schlossportal hereintraten und die silberstrotzenden Leibwächter und die Treppen hinauf die Diener in Gold und die großen erleuchteten Seele erblickten, dann wurden sie verwirrt. Standen sie nun vor dem Throne, auf welchem die Prinzessin saß, so vermochten sie nur ihr letztes Wort nachzusprechen, und diese Wiederholung flößte ihr kein Interesse ein. In ganzen Reihen standen sie vom Stadttore bis zum Schlosse. Ich war selbst drin, um es mit anzusehen, versicherte die Krähe. Und nennt sich Snowcraft und ist im Grunde ein Free-to-Play aus dem Internet. Ich habe das vor Ewigkeiten mal gespielt, wirklich vor Ewigkeiten. Die Version, mit der ich gespielt habe, soll angeblich von 2010 sein. Ich kann mir aber gut vorstellen, dass das Spiel deutlich, deutlich älter ist. Der Hersteller ist Nicholson New York, also Nicholson NY. Und ich kann es euch jedem empfehlen. Es ist ein schönes Spiel für mittendrin mal, wenn man auf nichts anspruchsvolles Bock hat. Ansonsten, ich wünsche euch eine schöne Weihnachtszeit. Man hört sich vermutlich gegen den 24. auf jeden Fall nochmal wieder im Zuge dieses Formates hier. Bis dann!